Herrgott, soll ich etwa einen Herzinfarkt kriegen? Du gehst mir aus dem Weg. Ach, mach dich nicht lächerlich. Ich hab zu tun. Arya, bitte, du hast zu tun? Wie lange kenn ich dich schon? Lennox, bitte hör auf, du Idiot. Ich liebe dich. Ja, ich weiß, ich lieb dich auch. Und wieso willst du nicht meine Frau sein? Es fühlt sich etwas plötzlich an. Findest du? Wir sind seit sechs Jahren zusammen, Arya. Und wir leben schon die Hälfte der Zeit zusammen. Ich weiß, glaub mir, ich weiß das. Es ist nur mit Bosco draußen und seiner Schwester und ihm im Krieg. Ich finde nicht, dass das der richtige Zeitpunkt für sie ist. Ist es wegen ihm? Immer noch? Weiß er, dass ich um deine Hand angehalten habe? Und wenn, was soll's? Es fühlt sich an, als müsstest du vor jeder Entscheidung, die du triffst, erst mal Erlaubnis vom Big Boss bekommen. Du solltest jetzt lange und gründlich darüber nachdenken, was du willst. Ich bin ein richtig guter Mann. Ich bin ein richtig guter Mann. Ich bin ein richtig guter Mann. Untertitelung des ZDF, 2020